HELLO, meine liebe Leute! Ja, lass mal die Mikrofons an. Hä? Lass die Mikrofons an. Mikrofons so noch an. Ja dann. Hält dann, los! So ein Special-File gegen Kevin alias Hacker. Alias Hacker. Alias Hacker. Ja. Natürlich B-Flag, Meisterdisziplin. Ja, C-Flag. C-Flag? Hehehehe. Achso, okay. Hehehe. Ah, er hat er einfach schon... Umfair, umfair, umfair... ...um ausgeglichen. Verstoß gegen Ege. Hehehe. Ja. Also das wird ein schönes YouTube-Video, hab ich so das Gefühl. Hab ich nicht. Bist du bereit? I'm ready to rumbo. Oder ihr beleidigt euch alle wieder als Hacker. Komm. Okay, los. Komm. Was ist los? Komm. 3-2-1. Ahem. Er geht schon auf die Flagge. Ich hab nen feindlichen Scharfschick zu sehen. Over. Ich treffe ja eh nicht. Ich treffe ja eh nicht. Jetzt zu Headshot, ich treffe eh nicht. Schöner Rundenanfang, echt. Find ich auch. Das lädst du mal lieber nicht hoch, weil das wird feindlich für mich. Ehem presse. Ja, für dich auch. Nicht. Ahem. Unferring. Du-du-du-du-du-du-du-du. Komm, komm bitte und mach mich weg, komm ich weiß, dass du es kannst. αι... das zieht mich ab kurz vor dem flaggen einnehmen wieso bin ich nicht wieso bin ich nicht defensiv geblieben kevin das kriegst du zurück volle tour richtig auf die fresse so richtig hart ja ich komme gleich wieder das wirst du nicht lange überleben kevin niemand kriegt von uns zum schluss die flacke zwei stunden später tickets haben sich nicht geändert ja ich spreche die aufbauten abbruch abbruch ne lass mal jetzt nein jetzt führt der nein nein das sehe ich jetzt aber gar nicht ein ich wollte es unentschieden ausmachen weil ich so 1 1 gleichzeitig killen 1 ticket 1 ticket gleichzeitlich killen das wäre doch was neues ich treffe auch gar nicht mehr ich habe den rückstoß nicht mehr unter kontrolle f*** dich dann kriegt er schweiblich das schweiblich noch kevin 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 und so soll ich auf der gamescom baddefeat 5 spiel mit diesem scheiß ich glaube ich wird der erste sein da ach so ist es auch mit auf die games weiß ich nicht du bist doch nochmals alt genug für den schießstand so nenne ich das ist einfach ich trau mich gar nicht irgendein spawn abzukämpfen ja er ist es sehen ja weiß der stellt sich da hinten und macht mich weg ich gewinne sowieso so nach dem motto du kannst mich mal ich gewinne sowieso ich ziehe dich jetzt ab und du hast eine web ankündigung ich ziehe dich jetzt ab und du hast eine web ankündigung er traut sich nicht mehr ach und wo ich treffe die hälfte nicht auch geil er hilft auch so behindert um wie so eine missgeburt alter ich lauf nur ja okay dann läuft er halt wieder missgeburt da kannst du gucken wie du guckst um es ist mir egal ich mach es einfach nur neutral ach was genau auf jeden fall auf jeden auf jeden das wird echt eine gute aufnahme lass das mal auf ungelistet hoch ich schlag doch gleich auf kevin ist ein hacker punkt auch hoch ok ok das wäre wohl ich bin kein kämpfer komm doch mal um die ecke kind eckenkind bestimmt am paper er ist auf dem bus er ist auch wieder auf dem bus muss mich konzentrieren ich treffe nicht juhu leg dich hin das macht es leichter mir den kopf zu treffen alter aus der distanz treffen ist momental für mich schwer na voll easy jo bro ne ich habe lange kein battlefield mehr gespielt also gestern ja lange ist es ja ja na und ich habe mich gestern noch nicht aufgewärmt ich habe nicht gegen dich gespielt ich glaube noch die heute und kommt einer ruhig genug und ich glaube nach der Runde hier bin ich etwas aufgewärmter hey jo hey friends ich stehe die ganze Zeit hinten bei A und hol Fabian hinten bei B jetzt nicht jetzt habe ich dich ich hole ihn die ganze Zeit ich stehe auf dem bus ich habe ja na und ich habe die Flagge das alles was zählt alles was zählt alles was zählt ist die Flagge und ich glaube das ist meine EIKA glaubst du das ich und meine EIKA wir singen denn ein Lied ich weiß dass du gleich um den Ecken gesprungen kommst wie so Missgeburt ja was lädst du bitte dich hoch doch das ist ja richtig peinlich so ist das Leben richtig aber ich bleib jetzt defensiv aber ich muss eh die Flagge nur halten feierhaft aber nicht dieselbe Position das wäre ja absolut törnrissig ja ey wenn ich die Drohne hätte ich wirklich so schnell finden aber ich treffe nicht das ist ultra peinlich für mich Junge what the fuck schluckst du schon wieder ey Francis was denn das war bitte runter gehen in den Keller ich glaub die Russen sind doch Edgar ich glaub die Russen sind doch wahrscheinlich alter Fick no ich hab immer noch die Flagge hä 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 oh Fabian wenn mich hier abziehst ne ich zieh dich jetzt ab Junge alter ich kann ne du mich nicht sehen es ist vorbei du musst jetzt den installieren das ist auf jeden fall ein spannendes Match irgendwie auf irgendeine Acht ganz behindert oh man ich hab ich Bock alter 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 hab ich schlecht getroffen ja ich auch das war Glück dass ich nicht grad getötet bekommen habe ich brauch mehr ey alter und flame Francis Fabian hackt nicht ich hab das doch alles auf Video jetzt zieht mich ab nicht so schlimm jetzt zieht mich ab passiert Kevin du hast auch mal schlechte Tage okay ich fang mal an es wird ja okay mach ich fang mal an zu spielen mach komm gut M9 One-Shot incoming ja guck mal mit Ankündigung das riecht nach Hack ja 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 echt kennen wir doch schon von dir ne die Hackerei ne ich treffe nicht die Hackerei ja ich treffe einfach nicht Fabian ja ich mag auch Hackfleisch ja du siehst ja gleich wie schlecht ich bin Hackfleisch und trotzdem ziehst du mich ab damit ich ja oberschlecht ja im Moment sind wir beide schlecht also irgendwas stimmt nicht bestimmt sind ganz viele andere Gamer gerade auch total schlecht das wie weißt du du lädst das hoch das gibt erstmal einen direkten Dislike ach so du bist der der auf jedes Video ein Dislike gibt klar ne ich hab noch nie gedisliked ich hab das bei mir in der gelikten schlägt mich hin du bist ein Boss ne 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 Sein erstellt wir zocken gleich COD ich bin dafür das wir gleich COD gegen einander mal spielen und dann guck mir mal ok und das auf YouTube ok ohne ohne Begnadigung also das muss nein es gibt keine Ausrede ok jetzt hat er die Flagge jetzt jetzt hat er mal die Flagge also ich denke aber das lädt sie auch hoch hier oder sicher also das ist hier ist ein super super spannendes Match würde ich sagen ja ja mit tonaufnahme ja mit tonaufnahme noch besser natürlich mit tonaufnahme alter für wen hältst du mich für johnny was ich hab dich so oft haben wir uns noch niemals gleichzeitig ich gehöre über die kinder aufnahme der fahrer über französ ich stand auf einer treppe Fabian gibt mir und schock ich schießt noch währenddessen ich tot umfalle und geb ihm wohl schon ja also das aber es ist nicht das wichtigste man es kommt gerade mal auf wie auch oft wir uns gerade gleichzeitig gegen eine nachzusehen ach komm raus hör auf mit der scheiße das ist doch langweilig er ritzenkind 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 ich habe alles auf schirm aber das kann ich komisch du bist du hast irgendwas gemacht ja ich habe gelernt zu spielen Prozent 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 mein Fabian das ist ein Grund nein die im Leben er ist in der Leiter der Leiter er hat das gar kein dauernd nach oben heidi preffelte dort kein Rederecht alles ich rede nicht ich rede nicht ich halte meine Fresse er wollte so ich weiß es nicht ich weiß es echt nicht wie lange noch dauert aber auf jeden Fall einer von uns gleich gewinnen mit einem knappen Sieg allerdings habe ich das Gefühl ja dieses Leitkmalchen die ist er nicht Alter dieses Match hier Alter ich feuer das das letzte war schon wo und recht wo es Quatsch hicken ja mach das na Positionswechsel Standard ich sag dass die auch noch dass ich meine Position verändert habe naja Kevin seine Bude hoch weil er verloren wo ist er er kann jetzt nur noch von Dings kommen von Küche oder nö er kommt eiskalt Mitte Scheiße er sieht es nicht ein er kommt eiskalt Mitte Scheiße ich hab keine Mully mehr Alter wie viel hast du noch 24 hast du ein Schwein ja ich hab eins zu Hause ja ich weiß das schlachtest du immer und dann ein Pilzverdachstück ach Kevin seit wann hast du ein Schwein zu Hause ja bin ich Muslim ach du scheiße nein jude ach du scheiße nicht Daniel und Soda Kevin Kevin das können wir jetzt äh ja das sind niedrige Köpfe ja das sind niedrige Köpfe das sind niedrige Köpfe ja das sind niedrige Köpfe die sind alle klein ne ja ey das wird ne tolle Aufnahme ja er klitscht sich wieder einer tot nein ich steh auf dem Stall er klitscht ich steh auf dem Stall ich steh auf dem Stall keine Ausrede nur klitsch klitscht ich kann auch mal es mit Deutsch sprechen also Türke ja du Moslem ey nix gegen Ausländer doch ich hab was gegen dich will ich bin aber kein Ausländer doch in Deutschland schon nein äh jeder von uns ist Ausländer nein doch ach so du warst noch nie ein fremden Land wie keine Ahnung Frankreich Luxemburg oder nein es kommt aus Frankreich Larisch er siehst du guck mal er ist ausländer doch in den Niederlanden doch in den Niederlanden ich war auch schon ausländer in Ägypten äh äh kennst du mal terrorist ähm du fair scheiße ich kann denn aussprechen klick drin das kommt auf YouTube ne leh nö left ne 13 ich stand GlitchKind glitsch gibt eeeh was für eine Missgeburt Google Kind Google Kind Google was macht man denn als Google Kind Google also ich suche jetzt mal nach Dr. Google Dr. Google ist das ein Professor an deiner Universität? ja Dr. Google an der Universität für Dummheit und ich hab auch so einen Onkel der heißt Onkel Google dann ist Dr. Google dein Vater der eine eister Nazi Google Alter Kevin Mutter Google Vergasung Kevin Schappen das kommt auf YouTube nein Spaß ja ich würde es lieber mit den Aussagen vorsichtig sein aber es könnte komisch ankommen so auf YouTube solche Äußerungen von sich zu geben nee das ist nicht egal das werden wir jetzt analysieren also scheißnaß hier alter verpiss dich in deine verpiss dich geh zurück in dein Land ahaha 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 okay alles gut ahaha 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 was hab ich jetzt schon wieder gesagt ich kann jetzt nicht mehr treffen ahaha du bist halt doch bescheuert ey scheiße ahaha ich treff nicht mehr ein Zell Mann das ist unfair er bringt mich nicht zu lassen geh zurück in dein Land ahaha süß als Nazi geh zurück in dein Land ahaha 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 oh shit ey mann das kann doch nicht sein ja und Frau auch und Frau auch und Frau auch ahaha Oh meine Fresse ey was ist das so ein Scheiß mein Gott mein Team ist zu blöd um paar Gegner wegzumachen und dann schreien sie wieder und z.B. da fasst das Team jetzt ahaha also da würde ich nur sagen raus also in der Hauptschule da wird zurückgeschossen was was mein Kumpel hat so ein Video auf dem Handy ne da redet einer so über die Hauptschule meint Amokläufer in der Hauptschule passieren niemals denn da weiß der Amokläufer hier wird zurückgeschossen alles klar hey aufhörst werdet ihr jetzt abhörst ach 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 wir liegen jetzt aufhörst jetzt geht doch mal rein JOL ich stirb an der Granate ahah ne danke morgen vielleicht ok ey was ist denn los man was ist denn los mit dir hat meine Leitung heute Lack gesoffen hat meine Leitung heute Lack gesoffen was da los alter was genau meine Leitung hat Lack gesoffen ey Lack gesoffen naja da hast du ganz viel Glück da geht nichts rein muss ja auch nicht dann musst du wohl ne du musst zielen ich rechte Maustast und linke Maustast ich bin voll drauf ich bin voll auf die Gegner drauf ja du bist voll drauf auf Speed oder die AEK ist in D4 einfach scheiße geworden ach wirklich wusste ich gar nicht dass du so gut bist was ich ja doch du machst mich fertig Kevin pass auf Freundes macht mich kalt o o ey meine Fresse ey nicht ein Scharfschützen Gesicht Fabian jetzt piegdum mal komplett um dir kommt nicht immer nur so ein kleines Stück die ist doch nicht ein guck mal erst mal Eier was sind das für Mist geworden hier ey juhu ich habe die Flacke wieder jo wir sind mal wieder am verlieren wie geil ach Kevin alter mann wie geschnitzelt wie geschnitzelt 2 zu 11 Kaisur ist es gar nicht ja doch die schüsse nur an mir vorbei mann ich hab 2 zu 11 mann wie so eine ficke schnitzel ey schnitzel alter ich kann noch mal kein deutsch mann was du kannst was du kannst was du kannst kein deutsch mehr du kannst kein deutsch mehr du musst achten was hast du bitte für ein visier ja was habe ich überhaupt für ein ey scheiße bei mir kommt da immer so ein licht als wenn du ein sniper wärst wer weiß wer weiß wirst du das ja wahrscheinlich wahrscheinlich hat der einen Sniper mit im Sturmgewehr Kombination ja auf jeden Fall ich habe ein Battlefield meine eigene Waffen programmiert uns den des geschickt die haben fast das Eier an den Waffen die hast du Eier an den Waffen die hängen dir so rund auf und das Schwotteln so links rechts Prozent 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 ich habe alles alles ja ich nehme die ganze Runde auf und da hat sie hoch gut das wird ein langer 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 weiter warum wie lange gebrochen du zum hochladen hä ich rede von Fight vom Kampf gerade achso und wie krass bist du ne ich habe nur Video verstanden und lange lange Zeit auf der krankheit krankheit gesund schönheit gesund wird man auch von allein hat die 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 das unfair hat gepiekt wie so eine Biene ich habe nur einmal gepickt das sag ich immer ich habe nur einmal gepickt Pickel ich habe nur einmal gepickt ey alter Mann was ist das zu Mist ich habe es gedacht ich hätte Francis gekippt weil das genau zum richtigen Zeitpunkt kam eigentlich ey was ist das denn Bullshit das ist Francis shit das ist Francis shit halt dein Maul ja halt dich doch und jetzt ich habe es ich habe es fest in meinen Griffen oh meine Fresse sind das hier missgeburten ey F-Schuss komm raus da bleibt einfach liegen und stehen ob du wohl da eine granate liegt egal wieso schießen die schneller bevor die mich über Kevin ich stehe ins da ich stehe ins da Wohin denn ich habe aber nach neben gezielt ah ne ich habe aber jetzt keinen Bock meinst du mal mich zu verpissen das gibt eine Sauerei F-Schuss F-Schuss naja Kevin ist heute nicht war ja Kevin meine Fresse das wird glaube ich ein gutes Match war so gut hast du glaube ich noch nie gegen mich abgeschnitten boah ich raste leicht aus hier ey ja Kevin und dabei treffe ich die Hälfte mit so weiter geht's im Kontext Mann wie kann man denn da die ganze Zeit rumhängen wie so vollidioten mal richtig da hat vier Leute die keine Hobbys haben und darum rum campen müssen er ist hinter mir er ist hinter mir er ist hinter mir weiß ich wusste dass du hinter mir bist ich hab deine Schritte gehört ne du wusstest ok ich bin aber nur ein Schritt ha ich bin nur ein Schritt gelaufen hey lol was ich glaube ich oh man wie ich hab dich übersehen ey ich glaub ich bin auch Drogen alter sag ich doch nicht Lalalala und Drolling in Let's Play Peach wie schnell ist Bond bitte ich spiel da grad mit meinem Charakter um ich spiel mit seinem Charakter um ok ey ich höre auf ich bin ganz schwarz deswegen siehst du mich immer ach so jetzt bin ich schwarz ach so Mann was das ganze kz bin ich und ich fuhr bist du das hh Excellent said hier spielen, Alter. Noch mal, sei vorsichtig, was du hier magst. Meine Stresse, Alter, ey. Francis, ich gebe dir einen Tipp. L2P. Oh. L2PO. Oder C3PO. Oh, meine Stresse, Alter. Was sind das für Missgeburten, Mann? Ich habe einen Roboter. Da frage ich mich auch immer, was das ist. Alter, Mann, dann kommen die bis hier nach unten runter. Don't cry, I have aim and don't cry. Was sind das für Missgeburten, Mann? Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich meinen eigenen Spruch gemacht habe. Du Ritzenschießer. Du Ritzenschießer. Du Ritzenschießer, Mann. Was ist denn scheiß Hurensohn, Mann? Sondern Nenni, bitte noch von einem Stich, Mann. Es bleibt auch noch die Mütter für einen Gamer. Also Gamer, alle auf die rauf. Azi Gamer. er hat Wuppern kann ganz klar auch die Bühne in den Stadier ein Schadier jetzt über will noch nicht gewinnt ja ich gewinnt schnellteams durch kann ich muss wenn sie schreckt ihr es wird schütteln so ein Prozent die Zwitschieber Prozent ist worden im feindlichen Ziel wenn das gewinnt ihr kein Fleck mehr doch das sei lange haben alle wieder mit ihm ein langes erheben deutsch und haben wir es hier auf da hat er sich auf wenn ich jetzt rein dann kommst du auch da und er wird so richtig nicht mehr und ich weiß nicht ob er lässt sich sind dass sie trädtchen er gibt es wollte ich nicht aus nein doch uns in der Stärkung Köln das wurde der Haustausbruch Prozent der Alte ich habe ihn gleich die Bühne aber auch die Stocht ins Kind ist noch ein Remake in C.U.D. ja okay so wird schon aufhören oder durch die Schubertöten nur die Spiele hatte es noch bis zum bitteren ende okay ich gehe doch nicht rein ich wenn dann er aus verlieren alles klar gell Kevin mhm wow was denn das für scheiß esel ich reiß das noch ich erinnere mich boah das könnte ich sogar wirklich noch reißen ey ey was sind das für scheiß esel oder die Flicker mann schade so ich bin schon aus der Runde raus das wäre es gewesen boah ja COD kann ich eh nicht spielen.